Sandro Schwarz ist nicht länger Trainer von Mainz 05, das gab der kriselnde Bundesligist am Sonntag bekannt. Die Rheinhessen reagierten damit auf die sportliche Krise und zwei Vereins-Negativ-Rekorde innerhalb einer Woche. Das 2 zu 3 gegen Union Berlin am Samstag war bereits die achte Saison-Niederlage nach elf Spieltagen. Zuvor hatte Mainz beim 0 zu 8 in Leipzig die bislang höchste Pleite in der Bundesliga kassiert. Wer Nachfolger von Schwarz wird, ist noch offen. Der frühere Mainz-Profi trat seinen Job im Juli 2017 als Nachfolger von Martin Schmidt an. Der Vertrag lief ursprünglich bis Juni 2022. Nach Niko Kovac bei Bayern München und Achim Bayer-Lorzer beim 1. FC Köln ist Schwarz der dritte Coach, der in der laufenden Saison vorzeitig gehen musste.